Die Division versucht den Platz zu umstellen. Sofort angreifen und abwärts! Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauzehammer! Jetzt, fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss setzt. Hören wir mit Raketenwerfer! Ja! Wir werden es nicht schaffen! Feind in dem Gebäude! Scheiße, das ist nicht gut! Das ist nicht herz! Fahren Sie weiter, sonst... Die einzige Panzerdivision versucht den Platz zu umstellen! Sofort angreifen und abwärts! Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauzehammer! Hartmann! Wir können Sie nicht abhängen! Herz! Sehen Sie zu, dass wir jemand in deine Deckung haben! Schröder und Hartmann, Sie feuern nur, wenn Sie ein Ziel haben! Flprüfer! Wasser! Flprüfer! Grat da! Eine verdammte Panzerta Bau! Die Panzerung hat Ihnen schon seitdem fast abgefallen. Scheiße! Wir nehmen Stefan aufeinander! Wir werden es nicht schaffen! Scheiße! Die Panzerung gibt Nacht! Die Panzerdivision versucht den Statt zu umstellen! Sofort angreifen und abwehren! Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, die Schnauzehackern! Die Panzerung versucht den Statt zu umstellen! Herr Herz, fahren Sie von Deckung zu Deckung! Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss setzt! Voll hin, Schwarzer! Wir haben es geschafft! Was war das? Was war das? Wir haben es geschafft! Mein Gott, ich kann nicht! Das war verdammt knapp! An alle verbliebenen Panzereinheiten! Drücken Sie zum Sommelpunkt vor und attackieren Sie alle Feindeinheiten, denen Sie begegnen! Danach drängen Sie die feindlichen Truppen aus der Stadt zurück! Katz! Ja, Kommandant! Ja, Kommandant! Abatmen! Du hast aber auch beim Schrauben! Abatmen! Kannst du deine Geiste?